Die Welt hat sich verändert. Was wir heute tun, bestimmt unser Morgen. Wir gestalten unsere Reisen ständig nachhaltiger. Bei der Auswahl unserer Reiseziele achten wir besonders auf eine intakte Natur und engagieren uns dafür, dass es so bleibt. Es sind Reiseziele abseits der üblichen Pfade. Vielseitig, charaktervoll und authentisch. Viele unserer Feriendomizile sind oft kleiner, Inhaber geführt, umweltfreundlich und für ihre Nachhaltigkeit zertifiziert. Unsere Reisekataloge drucken und versenden wir klimaneutral. Unsere Flugdienstreisen kompensieren wir mit Ausgleichszahlungen, die in Umweltprojekte fließen, die uns am Herzen liegen. Für dieses Engagement und die bereits erreichten Ziele wurde Rombergreisen mit dem international anerkannten Toursherd-Siegel ausgezeichnet. Für eine nachhaltige Zukunft. Rombergreisen – die Reisemaßschneiderei